Ja. Nicht Mondler, sondern wie heißen die denn? Gürtler. Gürtler, genau, Gürtler. Die hatten doch den Planeten irgendwie verseucht oder so mit einer Bombe drauf oder so. Da war doch alles tot dann dort. Ja, da wurde... So wie eine Atombombe, so radioaktiv war das doch alles. Mhm. Und da war der... Der eine dort glaube ich drauf gegangen. Ja, genau, der Müller. Genau. Dieser Polizist oder was der war. Mhm, mhm, genau. Und... Der ist ja nochmal perfekt. Ja, stimmt. Nee, ich war schon weiter da. Die haben doch dann irgendwie so Tore entdeckt. So Außerirdische. Wo die durchgeflogen sind. Und der... Wie heißt der? Der Hauptcharakter. Naja, du weißt schon, wen ich meine. Der... Der war irgendwie in so einem anderen, in so einem Raumschiff oder in so einem außerirdischen Konstrukt. Da hat Müller ja ihn dorthin geschickt. Mhm. Und das ist auch so richtig... Und was da passiert ist, kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Und dann war doch diese... Diese Tochter von dem... Reichen. Ja. Der seine reiche Tochter... Mhm. Ja. Die war irgendwie wieder am Leben. Die... Das hieß nicht am Leben, aber... War komisch irgendwie. Müller und die waren doch dann noch zusammengekommen irgendwie im... Ja, genau. Bei der Explosion. Mhm. Ja, so da in der Ecke war ich da, wo die dann mit den Raumschiffen dann durch diese Tore da durchgeflogen sind. Neue... Neue Welten da entdeckt haben oder so. Ich glaube da... War ich. Also das, was so... Wie so eine Art Wurmloch aussieht, ja? Ja. Okay, dann bin ich... Ein, zwei Folgen weiter. Ist doch gut! Bin schon wieder halbtot hier. Da hab ich was gehört, oder? Ne. Ich hab grad nochmal geguckt... Da auch, da! Hörst du? Echt? Echt? Mhm. Ja, jetzt ist's gut. Wieso höre ich das? Und sonst... Hab ich doch immer... Reicht doch der, der es nie gehört hat. Komm, wir töten die noch schnell. Ja. Wo ist die Kretzer? Oh, sie ist gerade... Oh, Mann, Junge, nein! Ah, du blockierst dich. Du blockierst mich? Ja. Rechts von uns da draussen. Mhm. Gut. Du brauchst dich nicht mehr rein. Oh, fuck, die ist zu behindert gestorben. In der Tür. Herrlich? Ja. Ey, Matze, da drüben auf der Seite ist ein Fenster, da kann man auch rausgucken. Mhm. Oh, die sind hier vorne. Oh, die hat ein Schrot am Brust. Die ist hier rechts. Oh, ich hab eine. Die andere ist bei mir, das ist die unheimliche Schwester. Okay. Nein, ich bin gleich tot. Warte, ich komme. Was? Ich hab ihn mit dem Messer. Oh, geil. Boah, ich hatte keinen Schuss mehr mit der Common King, ey. Alter. Und noch ein Zombie war bei mir. Die hat eine Abercat. Und eine silberne, wenn du möchtest. Ähm. Ah, ich hab auch grad einer dabei. Kannst du nicht? Ich brauch den nicht. Hm, ich überlege, ob ich die nehme oder... Oh, hier hinten sind schon wieder welche. Da ist irgendwo hier hinten Steps genau. Ja. Ich möchte meine Tür aufmachen und eine Granate rausschmeißen. Hm. Das war ich. Jetzt gibst du Kratoren. Hm. Ja. Ach, du bist ja. Hm. Keine Hitmarker gekriegt. Ja. Du bist das da oben. Ja. Ah, der ist hier bei meiner Seite. Ja. Der ist unter mir. Ja. Sehr schön. Puh. Alter. Ich hab ja, ich versuche ja immer dann schon nach dem Rand an den Videos noch was zu schreiben, damit ich auf den ersten Blick so ungefähr sehe. Ja. Ja. Was war's? Wie viel haben wir gekillt? Oder war euch was Besonderes oder so? Mhm. Ja, ich hab so einige, wo wir bloß halt drei Kills hatten oder sowas alles weggeschmissen. Ah, okay. Ja. Hm. Höchstens, naja, höchstens ich hab dran geschrieben, war irgendwie sehr gut oder so. Dann guck ich's mir aber nochmal an. Hm. Vielleicht war's ja auch irgendwas wirklich Schönes so. Ja. Wenn's jetzt, wenn's bloß drei Kills waren. Oder irgendwas Lustiges. Hm. Ey, mir ist letztens aufgefallen, bei der Spark-Scharf-Schütze. Ja. Da sind welche gespawnt. Ja, ich hör's. Scheiße. Bei der steht zwischen, äh, steht oben auf der Waffe drauf, one shot, one kill. Okay. Das ist schön. Hast du, ist hinüber? Ja. Gerade wo der zweite ist. Ah. Da hinten. Hast du ihn gesehen? Ja. Da hinten. Okay. Ich heil mich mal schnell. Ist aber zurückgegangen. Dann geh ich mal ganz hinten rum. Ja. Der ist hier vorne. Das ist dieser neue Skin, diese Tusse da. Okay. Wo war die? Hier vorne. Die ist aber jetzt da drinnen. Da ist grad ein Zombie reingerannt. Ja. Die hat grad ein Zombie abgeknallt. Oh. Die ist wieder da draußen. Die ist bei der Öffnung da. Muss mich kurz heilen. Die hat ein Ast geknackt. Das war ich, glaub ich. Nee. Das war links von mir. Ah. Ich glaub ich hab den. Nee. Ich hab sie jetzt. Hier kommen welche bei mir. Echt? Möchtest du was denn? Okay. Ich hab sie. Sehr schön. Hast beide weggefeiert. Ja. Dann bleibt nur noch die Tusse hier vorne. Ich muss mich mal kurz heilen dann. Oh. Medikit. Wie angenehm. Das angenehme mit dem nützlichen verbinden. Ja. Irgendwo ist ein Zombie-Agro. Nein. Bist du blöder, Alter? Ich glaube links von mir hab ich ein Zombie gehört. Na schlecht hast du den getriggert. Nee. Das war zu weit weg. Ja. Oh. Oh. Das kam aber von da hinten. Ja. Aber die ist ja auch hier vorne. Die sind unter dem Erdhügel. Die schießen glaub ich auf die oder was? Nee. Sie wollen mich wallbangen. Ich glaube die Tusse ist wieder reingerannt. Okay. Nee. Hier ist noch ein Schwarzer mit weißem Shirt. Der gehört zu jemand anderem. Ja. Ich hör den bei mir hier rumsteppen. Nee. Das muss was anderes sein. Oder? Wo bist du? Warte mal. Ich muss mal gucken. Nee. Da ist bei mir hier vorne Futter. Auf dem Hühnerstall. Ja. Dann hör ich den auch. Ja. Die Tusse ist wieder reingerannt. Ja. 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 Schade. Ich hab zu lange gewartet. Hey, die Spinnen. Die Spinnen ist auch hier. Ich habe die gerade gehört. Tja, was machen wir? Kann man näher gehen. Die hat nämlich, glaube ich, den Boss auch schon mal gemacht. Die sind da drüben auf der Insel. Ist doch gewusst. Auch die Tussi hinter uns gefällt mir auch nicht. Wer noch irgendwo da sein muss. Der eine ist dunkelhäutig, ja. Die ist noch weiter nach rechts gelaufen. Warte, ich muss mich kurz heilen. Hat einen Hit. Okay. Die ist noch weiter nach rechts. Die ist jetzt da ungefähr. Darf ich ihren Hit kriegen? Aber den anderen habe ich noch nicht gesehen. Wie bitte? Oh fuck, bei mir ist hier einer. Hilfe, Hilfe. Warte, ich komme. Lauf! Oh! Digga, warum treffe ich den nicht? Scheiße, Mann. Mist. Der hat mal kurz voll scheiße. Ich bin, ich bin 100,000 Untertitel. Frau Mann. Ich bin 50,000 Untertitel. Ich bin 50,000 Untertitel. Bis zum nächsten Mal.